Captain Price, Al-Assad hat gerade Präsident Al-Fulani im Fernsehen hinrichten lassen. Die Armees haben Pläne für Al-Assad und für Al-Fulani können wir nichts mehr tun. Aber in weniger als drei Stunden wird Codename Nikolai in Russland hingerichtet. Nikolai, Sir? Nikolai ist unser Informant bei den Ultranationalisten. Er hat uns die Daten für die Frachtschiff-Operation besorgt. Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Bewegung! Die Loyalisten erwarten uns etwa einen halben Kilometer nördlich. Abrücken. Loyalisten, was? Sind das die guten Russen oder die bösen Russen? Tja, sie schießen nicht sofort auf uns, wenn du das wissen willst. Das reicht mir absolut, Sir. Gute Nacht. Gute Arbeit. Da sollten noch ein paar Wachposten voraus sein. Kamarov und seine Männer warten in einem Feld noch westlich von ihr. Der Staatsminister verlaufbaren lassen, dass die Einsatzschlaste massiv sein. Dass man in aller Praxis länger gestanden würde. So, ein paar Claymores vor der Tür platzieren und dann den Lockvogel spielen. Das ist der Fall. Der Fall ist der Fall. Der Fall ist der Fall. Ich bin der Schloss. Ich bin der Schloss. Hey, Salini! Willkommen im neuen Russland, Käpt'n Preiss. Was ist das Ziel, Kamarov? Wir müssen einen Informanten rausholen. Die Internationalisten haben BM-21er auf der anderen Seite des Hügels. Ihre Raketen haben hunderte Zivilisten im Tal getötet. Nicht so schnell. Denken Sie an Beirut. Sie kommen mit uns. Ich schulde Ihnen wohl was. Ja, ganz genau. Vanya, gehen Sie rein und greifen Sie auf mein Zeichen hin an. Kirlang, von da aus kann Ihr Scharfschütze meine Männer schützen. Scharfschützen in Position. Gess, die linke Flanke decken. Verstanden. Decke linke Flanke. Alle Einheiten. Angriff sofort starten. So, schalten Sie BM-G-Schütze an den Fenstern aus, damit Kameras-Männer das Gebäude stürmen können. Scheiße, Feind-Hubschrauber. Sie haben nicht erwähnt, dass es Hubschrauber gibt, Kamarov. Ich habe auch nicht gesagt, dass es keine gibt. Wir müssen meine Männer vor Ihnen schützen. Kirlang. Machen Sie hin, Kamarov. Ich will den Informanten. Sie müssen sich um nichts Sorgen machen. Wir erledigen die BM-21er und bannen einen Weg direkt zu Ihrem Informanten. So, hier rüber. Wir sollten es einfach aus ihm rausprügeln. Auch nicht. Wir bekommen Gesellschaft, Sir. Hubschrauber nähern sich schnell. Weißt du, was zu hinterlassen. Wir spared uns cada. Wir ruhig! Wir grown den Aufmerksamkeit! Pass aufmerksamwä Kapitel Preiss Meine Männer treffen auf schweren Widerstand. Helfen Sie ihnen von den Klippen aus. Und unser Informant? Dem läuft die Zeit davor. Dann helfen Sie uns. Je weiter meine Männer ins Dorf vorrücken, desto näher kommen wir Ihrem Informanten. Gut, wir machen Fortschritte. Folgen Sie mir zur Stromversorgung. Da, der letzte Angriff hat begonnen. Noch ein bisschen mehr Scharfschützenhilfe von Ihnen und wir werden siegen, Kapitel Preiss. Genug Scharfschützen. Wo ist der Informant? Wo ist er? Das Haus. Das Haus am nordöstlichen Ende des Dorfes. Das war doch gar nicht so schwer. Und jetzt setz dich in die Ecke. So, Gas. Wir müssen zu dem Haus, bevor dem Informant was passiert. Dann los. Das Haus am nordöstlichen Ende des Dorfes. Das Haus am nordöstlichen Ende des Dorfes. Heils analysiert. Gehen erledigt. Geben wir Feuerschutz. Heils analysieren. Geh es auf die Rückseite und unterbricht die Stromzufuhr. Alle anderen bereit machen. Yes, jetzt. Okay, Strom unterbrochen. Los! I'm here, can't you tell me you, Paputkut? Victor, elektrisch ist vor... Diese Nachtsichtgeräte machen es einfach. Sascha, du bist hier. Sascha! Wir haben gerade schon. Etwas, Herr Schroger? Dann gehen wir! Wer ist das? Nikolai, bist du in Ordnung? Kannst du laufen? Ja, aber ich kann immer noch kämpfen. Danke, dass ihr mich rausgeholt habt. Big Bird, Bravo 6 hier. Wir haben das Paket. Treffen bei Landezone 1. Over. Bravo 6, Big Bird hier. Wir sind auf dem Weg. Ende. Los geht's! Los geht's! Ja! Die Amerikaner machen einen Fehler. Sie werden Alassad niemals lebend kriegen.